Musik Eine Hubschrauber-Außenlandung war nach einem medizinischen Notfall erforderlich. Christoph Acht landete am Salzlager. Der Patient wurde aus Balwe Süd dorthin transportiert. Die Löschgruppe Balwe war mit neun Wehrleuten vor Ort. Sie sicherten den Landeplatz ab und halfen mit an der Trage. Trotz Sperrung zeigte ein Anwohner gegenüber der Feuerwehr wenig Verständnis dafür, dass er in diesem Moment nicht nach Hause konnte. Nach der Stabilisierung der Patientin wurde sie mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Linien geflogen.